Willkommen Freunde, hier diesmal zum Flair-Amstag. Es ist ja eigentlich ein Flair-Amstag. Es ist ein Infovideo jetzt zum Flair-Amstag. Und zwar wollten wir euch ein wenig über etwas aufklären. Genau, denn wir hören auf. Das ist sehr direkt, aber das stimmt. Der Plan dahinter müssen wir euch jetzt mal aufklären. Das haben wir wenig in den Outtags besprochen. Normalerweise wollten wir das eigentlich auch benutzen, ein bisschen hinter die Kulissen. Aber wir haben ja da nicht besprochen, weil wir da privat drüber geschrieben haben und geredet haben. Und ja, also geplant war, dass wir in der jetzigen dritten Staffel, die jetzt kommen sollte, kommen würde, dass es die letzte Staffel wäre, eben aus privaten Gründen, arbeitstechnisch und alles möglich. Also wir haben einfach relativ wenig Zeit, das passt nicht. Wegen Schule und dann noch später. Genau, Schule geht vor, Abschluss geht vor, Arbeit geht vor. Und das ist sehr stressig gerade. Das heißt, das ist einfach auch, das klappt dann auch nicht von vorne bis hinten. Das heißt, wir wollten eigentlich diese Staffel jetzt noch machen, aber das klappt jetzt leider auch nicht mit den, weil jetzt sehr viele Prüfungen, wir beide sind in der gleichen Klasse, wir haben jetzt sehr bald relativ viele Prüfungen. Yves hat dann, wenn wir mal einen Monat Zeit haben, hat er Prüfungen. Das heißt, es ist sehr blöd von Gott gewollt. Es ist sehr blöd, sehr blöd abgestimmt. Und deswegen wollten wir euch einfach darüber nur aufklären, nicht, dass ihr da jetzt wartet oder irgendwas. Wir wollten jetzt gleich sagen, ey, das war's. Wir wollen aber ein finales Video, sozusagen. Ein finales Video wollen wir mal, eine kleine Überraschung für euch. Und zwar, ja, wir sagen noch nicht genau, was es wird, aber es wird bald kommen. Ihr könnt also gespannt sein. Es wird, ja, interessant. Wird interessant auf jeden Fall. Wird ein interessantes Projekt. Und das soll auf jeden Fall dann noch weiterführend in die Zukunft gehen, dieses Projekt. Genau. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Eher weniger, aber ja, ihr werdet es dann schon sehen. Und, wegen Flo seiner Bestrafung, die lassen wir auch sein. Erst zweimal kurz vorm Ende hin. Genau. Und wieder morgen Geburtstag hat's. Ja, beziehungsweise vor zwei Tagen. Ja, weil Samstag. Am Donnerstag. Ja. Am Donnerstag vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen. War vor zwei Tagen, ja. Ja gut, schaut auf jeden Fall bei JetLonestar vorbei. Ihr findet den Link da unten in der Beschreibung. Und der hat Jahrestag, Jahres-YouTube-Tag, YouTube-Jubiläum, genau so. YouTube-Jubiläum-Tag, wie man das auch immer nennt. Sehr bald, glaube ich. Ich glaube, sehr bald. Das heißt, schaut da mal vorbei. Der macht sehr coole Videos. Mir fliegen Fussel überall entgegen. Ja, lass da mal ein paar nette Worte dabei. Yves, man sieht dich kaum. Flo, ich sieht man dich kaum. Lass da mal ein paar nette Worte dabei. Wird uns freuen. Und wir sehen uns dann, wenn wir diese Überraschung machen. Also, bis dann. Bis dann. Man sieht sich. Und kein Flamstag. Kein Samstag ist ein Flamstag. Mehr. Wie auch immer. Also, ciao. 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 Ciao.